Ich mache es kurz. Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht, überhaupt keine Frage. Wir haben viel zu viele Ballverluste gehabt. Wir sind nach Ballverlusten dann zu langsame Dörten umgekommen. Man sagt immer, man muss die Zweikämpfe gewinnen. Nur um Zweikämpfe zu gewinnen, muss man in die Zweikämpfe kommen. Das haben wir heute über Weitesträngen des Spiels ganz schlecht bis gar nicht geschafft. Deswegen sind wir unter dem Strich mit dem Punkt zufrieden. Nicht nur aufgrund des Zeitpunktes des Ausgleichstreffers, sondern auch was das Spiel anbetrifft. Das ist für uns ein glücklicher Punkt, keine Frage, aber den nehmen wir gerne mit.